so weiter geht heute mit lead for speed und wir machen heute weiter mit den cops wenn ich richtig im kopf habe und da schauen wir mal ob heute was schönes auf die reihe gekriegen ja so auch wir haben ja noch ein bisschen was schönes wir machen fangen an mit mod passiert und dann machen wir mal durch den interceptor hinterher dann schauen wir mal so fangen wir an heute wie immer zwei events das ist klar wir haben sechs nagelwände wir haben drei straßensperren wir haben drei helikopter dabei wir müssen sieben autos verhaften für 12.500 kopfgeld 5 brauchen wir um das event zu gewinnen und das sollten wir doch ohne probleme auch hinbekommen also meistens kriege ich es hin aber gucken wir mal let's go so 20,2 km sind das alle einheiten wir haben eine notfallskursion auf der egelköschle ich wiederholt drei gab es die nahe Du Arsch! Unterstand. Straßensperren enthalten direkt vor euch in Stellung. Straßensperre schief, durch Verhaftung. Straßensperre gut aus, so gerichtet wird. Kontakt! So, das war es bei der McLaren, wie es das gewesen war. Warten Sie sich nicht einsatzbereit. Denk jetzt die Rundfülle weit an. Anfallung von Luftunterstützung erhalten. Straßensperren an der Entsendung für die Züge rufen angeben. Entschuldige, Straßensperre in Position. Warte, Kontakt! Die Fahrer ist beschädigt. Straßensperre in der Fahrerflucht. Berichtung für Stärkung. Oh, den hat es auf jeden Fall erwischt. Nach dem Land hat sich das Fahrzeug nicht abzuhören. Verdichtiger hat ein Nagelband ab. Oh! Oh! Ah, das war mir schon zu klatsch. Naja, zwei Fahrstunden haben wir zum Beispiel schon als Zähl, das heißt wir brauchen noch Minimum drei Autos. Jetzt hier links ist aber alles zu viel. Oh, da habe ich dann scheiß Auto. Verdichtiger hat das Nagelband umfahren. Wieder ohne Verdichtiger auf dem Nagelband im Kopf. Verzeugung fortsetzen. Die Schraßensperre wurde passiert. Der Dämpfer. Zuruf auf den Verschritt. Zuruf auf den Verschritt, hier. Zuruf auf den Verschritt. Erwarten Anweisungen. Achtung, Verdichtiger hat ein Nagelband abgeworfen. An alle Eintracht, einsam von Marriottemann preise gehen. Alle Eintracht, wir müssen ein Energieanstreffer hin. Roger, 1071 empfangen, kommt verbar und fliegt am Ende zurück. Abgeworfenes Nagelbanken, eure Bereiche entdeckt, sein Vorsicht. Das muss ihm eine Nähe sein, sich mit dem STPD anzulegen. Das war der Tausche. Die Verdächtige haben das Nagelbanken verliehen. Die Verdächtige haben das Nagelbanken verliehen. Hoffentlich klappt es beim nächsten Mal. Over. Die Verdächtige setzen den E3. Verbissen Verstärkung. Das Problem ist einfach, dass ich den jetzt ein bisschen angern darf. Ja, fuck you, ey. Okay. Die Reiche hat es festgestellt. Aufwand, wenn wir empfohlen. Ja, wie ist ein Brett? Achtung, Verfolge 1,1. Zur Unterstützung zum Anschluss. 2,4 Kilometer noch, wie ist ein Brett? Wir haben jetzt drei Fahrzeuge. Wir brauchen noch zwei Minimum, zwei Autos. Aber wir haben noch ein bisschen Glück, dass wir den noch fliegen. Wir brauchen noch drei Häuser. Wir brauchen noch drei Fahrzeuge. Aber der ist schon mal Traur. Weißt denn, ob der eigene Fahrzeuge sind? Wir haben noch zwei Meter nach dem Flugzeug entlangt. Wir brauchen noch zwei Fahrzeuge. Ah, nicht machbar. Schade. Keine Medaille erhalten für das. Ja, ich würde das gerne neu starten. Aber ich darf ja nicht. So, BMW M3 E92 haben wir kassiert. Äh, willkommen. Leider, wie gesagt, dürfen wir das nicht nochmal neu fahren. Weil wir die Piloten freigeschaltet haben, und haben mir gesagt, nö, das ist nicht möglich. Dann versuchen wir es halt nochmal. Weil sie regelmäßig... Weil sie mir regelmäßig in die Karre fahrt, äh, die Nagelbänder genau da abgelegt haben, wo ich es nicht brauchen kann. Naja, scheiß drauf. Scheiße, Mann. Hätte ich gern mitgenommen. Alle Einheiten. Wir haben eine Notfallversituation auf der E-Geschichte. Alle Einheiten. Alle Einheiten. Alle Einheiten. Alle Einheiten. Fektiv verteilt. Ich wiederhole. Freigabend. Gangeband einsatzbereit. Festnahme negativ. Er fährt ungeheuerlich weiter. Straßensparer ist in Position. Aufpassung, ein Nagelband. Das ist die Verbindung unterbrochen. An alle Einheiten. Unsere Signale werden gespürt. Ist auf Luftkontakt angekündigt. Alle Einheiten, Straßensparer war wirkungslos. Okay. Oh, der... Also, das war der, den ich mir mitgenommen habe. Nachgeworfen, Schlageband und Schlagebandeinsatzbereit. Bestätiger Einsatzbereit mit Schlageband auf eurer Position. Schlageband auf. Ja, und aber auch zwei Strecke beieinander. An alle Einheiten. Einsatz von Nagelbändern freigegeben. Die Luftverwaltung bestätigt. Treffazier bewegungsunfähig. Da wird den Straftäppel ausgeendigt. Der Richtiger hat die Straßenstelle gerannt. Zur Festnahme verrunden. Darübe klar machen zur Festnahme. Ja, der hat aber leider nicht zugesetzt, dass ich das gerne gehabt hätte. Ich herbe in der Zeit. Der Richtiger hat Nagelband umfahren. Meine Güte! Der Richtiger hat das Nagelband umfahren. Wiederhole, der Richtiger hat dem Nagelband entkommen. Ja, der Richtiger hat mich selber rein. Scheiße, das heißt Nagelband. Du stehst aber auch genau da. Du musst da genau noch rüberziehen, weißt du? Ja, das war's. Die sind jetzt definitiv alle im Trond. Alle Einheiten. Die Straßenstelle von Ihnen flog vor Ort. Ich habe mich bei meiner Behinderung. Fahrerflucht. Ich bin in Gefahr dort. Ich bin in Gefahr dort. Dazu. Die Bahn patie ich nicht verlangt. Auf der Stoff. Ja, ich brauche zwei Leute noch, ey. Ich bin gerade nicht gebacken. So, der ist nun mal wieder weg, der Vorschütz. Das war's. An alle Einheiten, Einsatz von Nagelbändern 3, gibt's nicht wiederholen. Helikopter-Einheit in der Luft, erwarten Sie die Koordinaten. Verdächtiger hat das Nagelbank verfehlen. Achtung, Verdächtiger hat den Nagelbank abgeworfen. Ich bin raus? Ich hab den noch mitgenommen. Hey ernsthaft, den wär weg gewesen. Nein, aber das Spiel muss ja sagen, komm den kriegst du nicht noch. Der muss weg, der muss weiterfahren. Ach, glaub ich doch, ey. Den hätt ich gehabt, ey. Nö, das geht nicht, tut mir leid. Ich bin nämlich in den reingefahren, ich hätt den gehabt. Aber naja, stimmt ja, ich muss ja den total Schaden kriegen, nicht mehr. Nächstes neues Fahrzeug, neue Ausrüstung. Deutscher RT10, ACR, okay. Weibere dann, ja. Aber das ärgert mich gerade, weil das Ding wär auf Gold gewesen. Definitiv. Das wär voll auf Gold gewesen. Egal, haben wir mal den Rezepter hier noch. Damit wir das auch noch durch haben. Aber das ist doch längstens ja... Da war der Snor. Ja, dann auf. Okay, wir haben zwei Nagelbänder nur. Aber die war mit dir, das muss ja sein. Wie sind wir dahinter? Drei Minuten Zeit haben wir wirklich, um auf der Karte zu lösen. Nagelband einsatzbereit. An alle Einheiten, Einsatzversagebänder freigegeben. Ich wiederhole, Nagelbänder fest. Das Problem ist, dass ich jetzt natürlich wieder hinterher gehe. Aber da vorne ist er schon. Der ist nämlich relativ langsam. Ich habe das Ding gar nicht erwischt. Du hast ja wie schon 500.000 ein Stück oder so. Ich habe das Ding gar nicht erwischt. Kontakt. Mein Streifenwagen ist stark beschädigt. Auflassen. Ein Nagelband. Ach, nee. Hau doch ab. Ja, das war's. Das Target-Band, das geht erst nach Raids und dann später... Oh, ich konnte noch mal nach links gehen, damit der wirklich da rein setzt. Ja, das war's jetzt weg. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich den jetzt voll erwische, dann geht der nicht kaputt, sondern mein Auto kaputt. Damit der da irgendwie sagt, komm... Damit das Spiel sagt, komm, der... Das kannst du nicht schaffen, weil es darfst du nicht schaffen. Abgeworfenes Nagelband in eurem Bereich entdeckt. Seid vor... Meine Fresse! Fahr doch nicht nach mir in die Karre, du Idiot! Bleib auf deiner scheiß Spur, Alter! Es kann nicht sein, dass du quer über die Straße fährst, um mich noch mitzunehmen. Das kann doch nicht wahr sein. Sorry. So schaffe ich die Scheiße nie. Hauptsache, man muss da irgendwo nur blinde quer über die Straße... Ich muss da bremsen, ganz hart, ganz laut hufen, damit du da irgendwie doch noch einfährst. Sorry. Interceptor-Einheit. Lokal... Ich hab den Typen bestimmt gehabt, ey. Ich hab den Scheiß-Nagel-Wenn-der-Sue-Ziel-Suchen doch wer. Der hat schon gesagt, ob der Oberfahrer von Nagelbändern. Also die gehen erst nach rechts und wer ist so nach rechts raus und dann wieder links raus, um die auszuweichen. Und sie gehen noch mal nach links rum. Warte, man hat selber nur zwei Stück. Und der hat fünf oder so, oder zehn. Bescheidiger setzt Nägel ein. Erbitte Verstärkung... Hatte Kontakt. Fahrzeug ist beschädigt. Der erste hat zumindest mal gesessen. An alle Einheiten. Einsatz von Nagelbändern freigegeben. Er hat sich nicht gekriegt. Ich habe beide beiden Nagelbänder weg. Erst halb getroffen, der zweite hat mich. Mein Gott, das sind scheiß zielsuchende Dinger. Wenn er da mal dran ist, muss er natürlich noch mal rein. Den kommt mir wieder, der Typ. Ich würde den so gerne mitnehmen, den Typen. Mit Vollgas muss er den mal einen schönen Heck fahren. Dann kriegt der richtig Schaden. Geil, besser du kommst nicht um die Kurve rum. Abgeworfenes Nagelband in eurem Bereich entdeckt. Seid vorsichtig. Verdächtiger ist unterwegs entlang der Three-Point-Road. Alle Streifenwagen ist stark beschädigt. Verdächtiger ist unterwegs entlang der Three-Point-Road. Warte Kontakt, mein Wagen ist beschädigt. Mein Mann bekommt ja jetzt genau das Nagelband raus. Weil das dann wieder von komplett rechts nach komplett links geht, damit ich... Total Schaden. Das ist so lächerlich manchmal. Ey, ich ramme den weg und der was passiert ist... Ich krieg den schon mit Schaden. Ach, lass mich in Ruhe mit dem Scheiße. Gut, dann machen wir Feierabend, wir sind in der nächsten Folge wieder. Und dann versuchen wir es irgendwann mal nochmal. Okay. Mal.